Meine Mutter fand mich 1986 in der Hofer-Filiale Bergsteiggasse zwischen den Aufpackbroten. Sie nahm mich mit nach Hause und zogen mich mit viel Liebe auf. Ich habe nie eine Schule besucht und durfte stattdessen den ganzen Tag fernsehen. Tom Turbo und die Hero Turtles prägten mein Weltbild. Mein Lieblingsturtle war Schredder. Die Jugend verbrachte ich gern im Park. Sich wegflaschen war geil. Meine Lieblingsfarbe ist intensives Grau. Ich liebe es zu lachen. Ich habe schöne Ohren, rund und fest. Meine Lieblings-Eissorte ist Noccio Blutorange und Topfen. Noccio Blutorange und Topfen. Noccio Energy Drink und Topfen. Ich liebe es. 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 Ich liebe es.